Ich bin Bill Kieler. Ich bin von Bolivien, wo ich wohne, wo ich schaue, aus dem Missionar. Ich bin von La Crete, in Alberta, wo ich die Anstrengung geschickt habe. Ich arbeite in Bolivien, wo ich noch sehe. Wir haben verschiedenste Dinge, die in unser Leben ankamen. Und ich sehe nicht die Einzige, die in der Hand sind. Es sind viele von uns. Aber ich glaube, es ist interessant zu hören, wo du mit deinen schweren Dingen, wo du die beste Länge kommst. Wo Gott hat eingestellt für dich. Und vielleicht kann ich auch vertellen, wo Gott hat eingestellt für mich. Vielleicht kann ich die zu sehen und vielleicht zu nutzen sein. Wir haben in unserem Leben verschiedenste Dinge. Meine Frau hat ja Dad verloren, wenn ich sie 17 Jahre alt wäre. Wir haben in den Frühjahrern ihre Mama und ihre Selbstständigkeit gestorben, sieben Jahre später. Und dann haben wir nachdem begroht wie noch ein Baby. Wir haben alles, was richtig ist. Und dann wunderte einer, wo es Gott durch all diese Dinge ist. Ich habe mich überwundern. Wir haben in den letzten Jahren in Bolivien alles abgegeben. Ich weiß, wie wir das hatten. Wir leitet unsere Familien. Wir leitet unsere Grauthänge da. Und wir wurden geraubt in die Mission. Wir wollen zurück und wir werden mit uns zu tun. Und wir wollen damit weiter. Und wir waren mit uns zu tun. Aber das ist das Priesterrat, das wir tun haben. Und so fragt man sich das, ob wir da, dass Gott ist, dass wir am Trudein gehen wollen. Weil wir ja, wir glauben, dass wir da. Aber das ist jetzt etwa 5,5 Jahre lang, dann dreht meine Welt über die Kopf. Wir wollen ein Weihnachtsstück ausruiden, über unsere Missionsgruppe. Und wir mussten ein paar Dinge, ich wollte ein bisschen nach der Stadt fahren und Martha, meine Frau, die wollte nach was von der Noberschule, nach was Ehren, nach was Mark holen. Und das wäre bloß zu Mars und dann würde wir so etwas zur Ovenkasse holen wir dann an der Ovenkasse für unsere Missionsgruppe. Und was drei, da würde ich auch anders aussehen, ich hatte auf dem Hafen ab und die hatten feiert, also der große Dobermann hungen. Und die würden laus den Tag, die Eltern, die würden auch wachen fahren und wir mussten die Kinder küsst. Und die würden auch gerade die Kinder, aber die würden die Hänge konntet, die würden nichts von angewandt. So, das ist die Kann der Gaut, worum die dort dann dittmuldeiden, das weiß ich nicht. Einmal leib ich die Beisegäste, die sind in die Hänge angewandt, die waren immer sehr doll. Das würden die Dallersart hungen, das wissen die auch. Aber wir würden diese Feiergräute hungen, in Zweifel nicht, wir jungen, Ambelieder hungen, die verstehen die Kanndinge nicht. Und so, die hatten ihre Feiergräute hungen, die verbeiten meine Frühen. Und die hielten mit der Zeit ab und wir fielten auf dem Hospital. Und die lebten noch einmal 15, 20 Minuten nach dem Hospital. Und ja, die bläht bis aus, die bis nicht so, was sie mit tun können. Und so, dass wir einmal hastig, dann drehte die Welt sich ganz, ganz, ganz überkopp. Wir wurden 38 Jahre befried, wir haben eine Gauderei. Und uns hängt ein Scheintaupp, wir hatten sehr viele Dinge, was wir da und wollen. Wir wollten immer alles taupen. Wenn wir an der Zweifel arbeiten, dann wollten wir taupen. Und das Lach, ich kann nicht sagen, wo groß das Lach wäre. Und dass wir was haßig, wenn wir einmal wieder waren anders. Und so, was wollte ich damit tun? Und da waren so viele Menschen, die beden für mich. Die unterstärkten mich. Die haben keinen Hahn, die brachten Eten. Und all die Dinge. Und das wir alle sehr fänden. Und da redet ich auch sehr, sehr viel. Und wenn ich zu Hause bin, dann bin ich alleine. Und da kann nicht, da kann nicht noch eine Person, die stehen, nicht fallen. Und ich hatte vieles und gedacht. Und wir hatten auch viele Menschen, viele Freunde, wie kamen wir das zu tun? Wir leben hier noch. Wir leben hier noch. Wir haben drei Dinge und die Leute zu werden. Und so wurde ich dort. Und dann ein paar Jahre später, das sind jetzt zwei Jahre lang, dann bin ich sehr krank mit Covert. Ich bin im Hospital. Ich bin an Oxygen. Und ich bin sehr krank. Und dann lach ich dort im Bad. Und dann wunderte ich, kommst du nicht mehr durch von uns? Und dann sehe ich, dass ich dort abgehebte. Ich kann jahre abheb. Und ich kann dort abheb. Und weißt, was Gott zu mir sieht? Alles, was zu mir sieht, ist das Ausdrüse. Das Ausdrüse. Und ich weiß, dass Gott das stand für mich. Er hat mir Gesundheit gegeben. Er hat mich in der Arbeit gelernt. Ich habe die Kraft in der Arbeit. Und ich habe es versucht, Gott zu mir. Wenn Gott nicht für Gott wäre, wenn Gott nicht hat eingestellt, für mich, ich würde irgendein Ergelegen, ich würde 100% sagen, ich würde es nicht kennen. Und ich habe für mich, die dergele, die wurde die auch dergele, wenn ich für Gott wäre. Und wenn Gott dich, der das immer war, der das immer war, der wurde auch für die. Ich sehe nicht, das ist die einzige, die schwere tienden, das war die auch. Und wir waren auch noch mehr, die ich so in der schwere tienden, Verloh die auf Gott. Und die wurde dir dergele. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. Vielen Dank.